Der kann schlafen und ich habe Hunger. Ich habe das Spiel auf dich geschmissen. Ist nämlich hier jetzt übel? Hör auf, Kerzen auf mich zu schmeißen. Die sind heiß. Ich will die Idee einfach nur genau von dem Gekner. Ich habe Hunger. Ich will die Idee einfach nur genau von dem Gekner. Ich dachte, nein. So. Ich will dich kitzeln. Ich will dich kitzeln. Dafür bist du aufgewacht. Dich kitzelt. Schlafe! Oh, die Stühle sind nicht nett. Kann er mich nicht die ganze Zeit mit Mäusen beschmeißen? Die tun nicht so weh. Oh, Silent spielt mal wieder Arma 3. Ich hoffe das immer vorzulesen, das interessiert keinen. Ich muss es auch mehr vorlesen, weil es einfach zu lol ist. Ich kann jetzt auch über Steamer Bescheid sagen. Steamer ist einfach zu nett. Schlaaf all der Herd, du Geist! Ich habe Hunger! Du ... du du plugin ... du 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 ... du 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 ... wonach everything in my right ... Jetzt muss mein Via Geist kommen. was hast du da gemacht hat ihn er hat nur das Lied nicht geklopft oh er ist tot Mr. Passion des Appearth keine klassische Musik mehr 1.400 damit wurde geworfen damit wurde geworfen damit wurde geworfen und nicht vergessen hiermit Team ihr seid ihr seid ein lifesaver bei der wei du kannst auf dem Sofa wenn du möchtest du hast etwas warmes in deinem Herz so gehen wir in das Memo ja mach halt das aber gehen wir in das Memo wenn du auch weißt wie das funktioniert dann nehme ich jetzt wahrscheinlich wieder neue Einträge ich muss noch mal wissen wo es war L und R und dann aufs Status drücken nein L und R gleichzeitig drücken und dann aufs Status ja ok Norsi ist neuerkeit und er ist auch so groß Norsi Kindness this is one of the most important things for us humans so let's be kind to others hey halt da war doch noch was these guys come to life also ghosts these guys come to life almost every night together for a grave party haha but don't touch just let them be if you can help it war noch was bei kindness war ja noch was if your kindness goes up something good is bound to happen also das ist dieser Status Effekt der ähm Giftboxes ja ja ich lese gleich äh der im Hintergrund wirkt wirkt und der halt äh ich mach hier grad scheiße ich mach hier grad scheiße nein der im Hintergrund wirkt und der halt äh Debug äh äh ein Status Effekt ist das früher mal ins Spiel gab den sie dann im Endeffekt nicht angenommen haben Giftboxes it doesn't matter if there's no birthday or it's not christmas think of them as a reward for your adventure and que- graciously accept them sometimes for their present is only a giz- 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 giz Robesnake he makes a cute pet but he acts like a rope so he'll surely be useful on your- on your adventure also Castler also Castler now everyone knows when this old mysterious Castler was built Bass is sad to have served here many years ago das ist zum Beispiel so ne Sache die erfährt man nur durchs Filmungen-Menü jupf das wars giz- 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 gel giz- Giz- Das war's. Okay. Du kannst da übrigens durch das... Genau, kannst du zurück. Jetzt müssen wir erstmal zu West zurück. Ich hab schon durch das Fass genommen. Also, du sagst zurück zu West, also nach draußen? Ja. Aber speichern mal, speichern mal eben. Speichern? Sicherheitshalber. Speichern? Boah, schon 7.30 Uhr in der Spielzeit. Ganz schnell! Ganz schön heftig, ja? Boah! Es ist Tag! Es ist so hell! Oh, es ist Old Man West's son! Was ist das Name? Ja. Ja. Es ist so schnell! Ja. 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 was ist das? Es ist so schnell zu sch Harrison. Ich hab keine Lust auf Kräber. Ja, die sind jetzt natürlich schon nachts aktiv, was ging es denn? Und keine Zombies! Aber ist halt auch so logisch. Äh, ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Sag ich mal, Nüge? Ja. Hast du nach vorne geschlafen, ne? Es geht, acht Stunden. Oh, das war schneller als ich erwartet. Du hast nur drei Stunden gegründet, ja? Okay, lasst uns mal schauen. Ist das... Das ist raster. Das Texture. Das Delicate, Profound and Shiny quality. This is the legendary noble spittoon, starting from generation to generation also. You found it. My judgment was correct after all. Duster, you are expansionary... Stop here, denn they fought! Ganz ruhig. You call yourself a thief, yet you can't even tell what else you need to steal! Anything else, Maroon? Anything else, Maroon? Did you bring back any of our big Shackpot items? Are you sure you're not just shooting around to try to entertain me? You Maroon? You Maroon! You Maroon! You Maroon! You Maroon! My comium! You Maroon? I know you are not just… I know you are not just here, but for sure. Lack. Wester, dein erstes Job war ein weiterer Fehler, aber es ist kein Zeitpunkt, um dich zu beenden. Ich komme mit dir dieses Mal. Wir haben ihn in den Kastel einmal. Let's hurry in die Rune, der Splatoon war in. Wester, in der Party. Party mit Papa. Und neue Tessmini-Femen. Und jetzt müssen wir mit den Leuten reden. Mit den Leuten reden. Entschuldigung, ich vergesse das immer. Weil ich das normalerweise in Rollenspielen noch nicht so häufig mache. Ich dachte, dass ich zu der Rune wäre mehr spannend als zu bleiben. Aber niemand wird mir die Zeit. Oh, du bist so scherp, Mr. Wes. Du kannst das auch richtig scherp.